Und hallo, 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 hallo. Ich mach mal wieder ein Crusader weiter, dachte ich mir. Ähm, jetzt wo Domi auch sein Parodius fertig hat, wo war ich denn? War ich bei weiter 2? Ich glaub schon. War das weiter 2? Ich schau mal ganz kurz noch bei weiter, was bei weiter ist. Ich glaub ich war in der Bar gestanden. Genau, so. Nachrichten. Ich habe gute Neuigkeiten, was die Wirtschaft anbelangt. Heute hat die Finanzbehörde verkündet, dass das diesjährige Weltbruttosozialprodukt um sagenhafte 74% gestiegen ist. Obwohl unsere Bürger in den nächsten Jahren leider auf ihre Dividenden verzichten werden müssen, das liegt natürlich an den verstärkten militärischen Engagements, die gegen den Widerstand nötig sind, wird dieser Aufschwung helfen, eine gravierende Steuererhöhung zu verhindern, die derzeit vom Senat im Kongress diskutiert wird. Sie müssen bedenken, dass sie nicht nur ein Angehöriger des World Economic Consortiums sind, sondern auch ein wichtiger Teilhaber. Weltbruttosozialprodukt um 74% Auch nicht schlecht. Vielleicht kurz zur Erinnerung, weil es vielleicht ein bisschen länger her ist. In der letzten Mission haben wir einen Kryptografie-Chip geklaut, der zur Entschlüsselung der Nachrichten des WECs verwendet werden kann. Und ich bin der Meinung, die nächste Mission wird eine Entführungsmission. Da müssen wir jemanden entführen. Aber bin mir immer sicher. Schauen wir gleich. Also je mehr ich darüber nachdenke, Blechi, desto mehr frage ich mich, was sollte die Heimlich-Touerei bei der letzten Mission? Wieso ist der Colonel gekommen und hat mich ständig bei der Arbeit gestört? Normalerweise sieht mir Sergeant Brooks bei den Einsätzen über die Schulter. Sie mischt sich wenigstens nicht ständig in meine Arbeit ein. Man fragt sich wirklich, wie man noch trauen kann. Nicht wahr? Ja, was sagst du? Uh, Stacks. Ich habe gehört, was vor dem Kommunikationszentrum passiert ist, Captain. Es tut mir leid. Es ist sehr schmerzhaft, gute Leute zu verlieren. Es heißt, dass wir verraten wurden. Aber niemand scheint die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der Verräter vielleicht keiner von uns hier aus der Basis ist. Was ist, wenn das Konsortium den Spion direkt in der Zentrale sitzen hat? Auf die Idee kommt wohl keiner. Was für eine furchtbare Vorstellung. Das Schreckliche daran ist, ich versuche mich gerade krampfhaft daran zu erinnern, was passiert ist in der letzten Mission. Ist da irgendjemand erschossen worden? Äh... Ich glaube, ich schaue mir die Videos nochmal an demnächst. Wenn es euch nicht stört, überspringe ich mal die Videosequenzen vom Weasel, weil ich glaube, da haben wir jetzt mittlerweile echt schon alles gehört. Oh, Laserwaffen. Das ist, glaube ich, ein Raketenwaffe. Das sieht nicht unbedingt wie ein Raketenwaffe aus, aber... Ey, ist auch arschteuer. Viereinhalbtausend? Naja. Naja, naja, naja. Ja, ansonsten brauche ich jetzt eigentlich erstmal nichts. So. Nächste Mission. Oh, ist ein Heilen und Aufladen. Entschuldigung. Heute bin ich komplett ungestört. Irgendwie, das ist so ungewohnt. Die Frau ist weg, der Domi ist nicht da. Sonst ist niemand da. Ganz, 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 ganz komisch. Das WEC lagert viele Tonnen Nervengas, um damit die Widerstandsleute hier in unserem Sektor bis auf den letzten Mann auszulöschen. Tausende unschuldiger Zivilisten werden mit umkommen. Laut der neuesten Meldung, die die Zentrale erhalten hat und die wir entschlüsseln konnten, hat Senator Everett Snell die Informationen, die wir brauchen, um das Depot ausfindig zu machen. Deshalb ist es jetzt Ihre Aufgabe, den Senator aus dem schönen und sicheren Regierungsgebäude zu holen, in dem er wohnt. Damit der Mann in den besonderen Genuss des Komforts, die die Zentrale zu bieten hat, kommt. Brooks wird dieses Mal die Einschleusungsaufklärung übernehmen. Sobald Sie den Senator überwältigt haben, wird Corporal Reeves für die schnelle Rückholung sorgen. Weitere Fragen kann Ihnen Ihr Datenschirm beantworten. Sie dürfen gehen. Dann holen wir ihn doch mal aus einem schönen, warmen Senatssitz. Ey, Maschloch. Es fällt dir ein. Rüppel. Doofe Tür. Ich mag Türen. Die Türen sind doof. Mh, mh, mh. Ah! Oh, die Musik ist in dem Map gut. Oh, die Musik ist ja lauter, weil die ist echt toll in der Mission. So, ich hoffe, das stört nicht. Oh, okay. Einschleusungskoordinaten bestätigt, Sir. Direkte Einschleusung in den Zielkomplex, wie geplant. Smell auf Ebene 2 anwesend, wie gedacht. Und noch eins, bevor ich verschwinde. Ich überprüfe alles, was Sie machen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Brooks, aus! Hi, die hat mich Sir gelacht. Ah, so. Schweinerei. So. Äh, ich lauf gut. Au. Ja, das hat mich jetzt die Kamera noch erwischt. Blöööö, das Arschi. Ich kann mich nicht mal richtig rollen. Das geht ab. Das ist einfach ein Alarmknopf. Scheiße, jetzt ist da echt noch Alarm. Grüne Tika da oben ist ein Alarmknopf. Ja. Granatwärfer-Munition. Gippie, jetzt sicher. Tuch, tuch, nicht mehr aktiv. Ist das für mich? Puh! Ha, zerstören! Au! Oh! Ja, glaube ich. Oh, das ist bestimmt eine Bodenplatte. So, ich sehe da vorne schon wieder so ein komisches... ...Dings an der Wand hängen. Ist unbedingt zerstören, ne? So. Oh, das läuft ja richtig. Uah, gut. Das roll ich lieber durch. So. Kamera. Ah. Ich hasse Kameras. Da braucht schon Türen. Weil das ein Mörderkopf macht. Ahem. Okay, da bräuch ich einen Code. Na 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 na. Oh. Wie schwer. Xxxxxxxxxx. Zugangs gewährt. Ähm. Ähm. It's here. Keycard. Zugangs gewährt. Komm her. So. Demo-Kameras. Auf, auf. Ah! Puh, da ist ein Teleporter und ein Geschützturm. So, Wanderfeld. 419. Ich speichne mal wieder, weil ich traue diesem ganzen Teleporterfrieden nicht. Ähm. Ich werde den nicht eigentlich steuern. Aber egal. Was ist das hier? Äh, was ist das hier? Ich habe das Problem mit den Energiezellen. Gehen halt irgendwann mal zur Neige. Du blödes Arschding. So. Ja, ich glaube das ist keine Idee. Zumindest jetzt noch nicht, solange ich noch nicht volle Energie habe. Aber ich habe schon mal zum Glück meine erste Plasmawaffe, glaube ich, ist das. So. Super. Gefällt. Oh. So. Oh mein Gott, was ist das? Das ist schon wieder eine guten Platte. Ich lasse guten Platten. Oh! 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 Ehm! Hm! Hm! Das ist für irgendeine Schaltung. Hm, ist das hier überhaupt lang? Wahrscheinlich ist das nicht mehr Easter Egg oder sowas. Naja, da gibt's... Naja, okay, das war jetzt das erste Mal gewuscht. Sooo... Wie sie ihren Tod einfach so hinnehmen... Was ist das? Ah! Na, Munition für Raketenwaffe. Guter, okay. Schau mal, ist das mal umgeblieben. Ach, ich hab's gerade noch gesehen. Ah, ich spüche das auf. Tja. Wirst du mich deaktivieren? Ah. Sehr schön. Geht's hier weiter? Thermatron. Da ist er! Ah, ich geh's morgen an. Nachladen. Ja, und gleich mal feuern. Oh, Teleporter. Hm. Wahrscheinlich steht da wieder ein Code. 4-0-4 Und Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag Aber Ich gehe trotzdem da noch nicht lang Das ist nicht mein Neuer Kampf So Autsch Das sind echt doch wie harmlosen Bots zum Glück Was machst du da? Ui der hat aber viel dabei gehabt Oh Oh Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Aaaaaah Das ist schon wieder ein Keypad Oh meine Fresse Laufweg ist voll Das will doch bloß den Senatoooooo So Blaue Keycard Da ist er ja So Was haben wir? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Okay jetzt hier 4-9-1 Äh Das ist die zweite Leipforte Ist das ein Labyrinth? Zugangsgewehr Ich habe mir den schon umgebracht Oh Ich habe mir den schon umgebracht Oh Ach Shit Zu spät Zu früh Hä? Ah ne Lebt doch nicht Sehr schön So Uuuuuh Speichern Wo wieder ein Unglück passiert Ich bin ein bisschen im Überlegen Ob ich vielleicht noch irgendwie ein LP zu irgendeinem Spiel anfange Das Problem ist jetzt Wenn ich das natürlich mache Okay ich kann mir klappen Dann Überladen wir uns vielleicht wieder ein bisschen Na Domi Der hat jetzt das sein Parodius fertig Und ich weiß auch schon was ich als nächstes mache Haha Ähm Aber wenn ich jetzt dann neben Crusader und Undying noch irgendwas anfange Dann ist es zwar Hallo schießt die auch auf mich? He Äh ja Dann Wir haben jetzt noch viel viel Äh Vielfalt in unseren Videos Aber ich glaube dann wird das alles ein bisschen überladen Und Wenn man Uploads wird es dann ein bisschen scheiße Er muss immer in den Domi reden Mal schauen Das ich hoffe das jetzt jemand Niemanden Äh stört das wie so viel Nur Undying und Crusader Ein Schuss violation schon nach Spirulges machen Das ist nichts Hoffe ich jetzt mal O.K. Da bräuchte ich jetzt auch nen Code. Ich teleportier mich erstmal mit den anderen Teleportern. Oh! Inventar voll. Wo kommst du schon wieder her? Irgendwie ist die Mission viel zu einfach. Finde ich jetzt.